Party Break mit Fun4Young, Partyferien in Jore de Mar und Rimini mit Marty Reiser und Sam's Pizzaland, Best Pizza in Town. Für alle Partygänger am Alperock-Dietigen. Alle drei Jahre ist das Zürichfest, das grösste Stadtfest der Schweiz, zum ersten Mal auch am Paradeplatz. Eine bessere E-Way gibt es fast nicht, My 105 On Stage, die grosse Premiere am Zürichfest. Wenn man bedenkt, vor einem knappen Jahr sind sie mit dem Neustart zurückgekommen, das geilste Musik-App der Schweiz mit jenischen Channels und dem besten Sound. 24 Stunden lang klingt schon fast nach Werbung, nein, das war keine Werbung natürlich, es war einfach eine Empfehlung für die, die es noch nicht gehört haben. Aber das, was hier auf die Beine gestellt worden ist, kann ich sagen, ist richtig geil. Die geilsten Acts, die beste Stimmung und das direkt am Zürichfest. Wir zeigen dir jetzt im Party Break Special die besten Highlights davon. My 105 Stage ist so geil aufgebaut und die ganzen Leute und alle haben wirklich voll krass mitgemacht. Ja, sie haben wirklich mitgemacht, also es ist wirklich abgegangen, sie haben alles gegeben und es ist wirklich ein Auftrag gewesen, wie man sich im Bilderbuch nur wünschen kann, wirklich. Hammer! Ich weiß nicht, was du für ein Bilderbuch anschaust, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Bilderbuch anschaust, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Hundredmesen haben, wirklich! My 105 On Stage zum ersten Mal am Paradeplatz und allgemein ein Zürichfest zum ersten Mal am Paradeplatz vertreten und gerade mit den grossen Bühnen von My 105 Jussi. Was geht in eure Form, wenn ihr seht, die jenste Arbeit habt ihr gehabt für die grosse Stage. So viele Leute sind da und so viele Leute haben die Freude mit eurer On Stage Party. Heine mal. Ja, riesengenugtuig. Also, dass wir so mit einem Knall zurückkommen natürlich wieder nach dem Neustart mit der neuen App My 105 und dann wirklich, wie du sagst, Paradeplatz mit dem riesen Knalleffekt und wie die Leute da mitmachen. Ja, da fehlen die Worte. Das ist mega, gigantisch. Da hat sich ein halbes Jahr dafür gearbeitet. Ich habe ja etwas rufen gehört und zwar bezüglich Herbst gibt es dann wieder irgendwas, oder? Kann man das schon etwas sagen? Ja, du hörst es immer rufen. Ja, es gibt wieder etwas im Herbst. Genau. Punkt. Da sind wir gespannt. Toi, toi, toi weiterhin. Und eine gute Zeit noch hier am Paradeplatz Zürichfest My 105 On Stage und bis zum nächsten Mal. Wir sind doch die ganze Zeit dran, oder? Ah, eben genau. Danke, Jussi. Merci. Danke,oris. Deine Angst. Danke, Danke,Coge. Bis zum nächsten Mal. Ja, absolut der Hammer gewesen, die My105 Stage hat gerockt und es ist definitiv ein super Warm-up für das Tomorrowland dieses Jahr. Hammer gewesen, also ich glaube, My105 ist die geilste Stage hier in Zürich, also wer es nicht kennt, der soll hierher kommen, weil es total geil ist. Und wir haben es nicht kennt, aber es hätte heute kennen müssen und es ist super. Wir werden es auch nie mehr vergessen. Der Paradeplatz. Dann gehen wir an den U. Und das ist, nach dem ist wirklich, fast nicht mehr top. Der Garthour. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Thank you to my105 for having us tonight. It was a great show, great audience, great crowd, great energy. It was super fun to play here tonight. Hope to see you soon. Es war super, sensationell. Ich spiele nicht so viel in Zürich. Darum umso mehr hat wirklich Spass gemacht. Es waren viele Leute da, die ich kenne. Super Stimmung, mitten in Zürich. Danke vielmals, my105. Danke vielmals, Zürich. My105. My105 on stage. Am Paradeplatz in Zürich ist es die besten Partybreak-Highlights an dieser Stelle. Es ist das Mitz in der Nacht. Wir geben Vollgas und das zurecht an dieser Stelle. Ein grosses Lob an das ganze my105 Team und an Paula und Schussi. Ihr habt richtig gearbeitet, ihr habt richtig Gas gegeben, ihr habt gekrampft. Und es hat sich ganz klar gelohnt an dieser Stelle, oder? My105 ist eh das Beste. Ja, absolut, ihr seid es richtig. Wir sagen das auch, my105.ch abchecken. Ist das auch wieder Werbung gewesen? Man weiss es nicht. Die App herunterladen und nächste Woche wieder Partybreak schauen. Im Fernsehen, auf Star TV, im Netz oder auch auf my105 an dieser Stelle. Liebe Grüße vom Zürichfest 2016 im Partybreak. Bis nächste Woche. Tschüss. Best Pizza in Town. Für alle Partygänger, auch im Allbrook, dieetigen.